Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Umstellvideo und wenn ihr wissen wollt, wo ich stehe, ich stehe auf einem Fernsehkasten oben. Das ist ein ganz anderer Winkelgrad, Dani. Schaut ganz anders aus. Das Ding, wenn wir weiter zurückgehen, sieht man gar nichts mehr. Oh, wir lassen uns noch ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte mich schon noch ein bisschen lassen. Okay, dann ist das kein Mr. Video. Ja. Und ich stehe einfach vom Dorf da. Dann muss ich das da runter. Okay, warte mal, ich muss das. Ich darf euch jetzt nicht fallen lassen. Okay, warum ist das nicht da? Jetzt fahre ich da gerade zurück. So. Dani ist jetzt sowieso nicht da. Das heißt sowieso. Und dann sehen wir das fast nicht. Ich muss da was ausprobieren. Ich setze noch ein Stück oder drauf. Und irgendwo, das ist kein Umstellvideo. Okay. Das geht. Das geht. Gleich wieder. Wir haben uns dazu beschlossen, wir lassen unsere Betten noch ein bisschen so stehen für ein paar Monate. Und deswegen wird das erstmal kein Umstellvideo. Ich habe es am Anfang gesagt. Ja. Aber wirklich. Ich mache das nur jetzt dazu. Kein Umstellvideo. Und ja. Deswegen. Irgendwie sieht man das gar nicht. Deswegen. ich könnte den Schreibtisch. Aber wenn ich ihn da erstelle, dann ist es ein bisschen doof. Ja. Aber sonst kann ich am Schreibtisch keine Videos machen, wo ich blende für mich voll das Licht. Au. Ich räume mal ein bisschen aus den Schreibtisch habe. Ah, mein Kuss ist die Wolltriweb. Ich habe. Das muss ich nicht springen, oder? Oh, ein Stück weiter. So. Jetzt geht's. Ah, und wenn der Wolf das nicht hat, dann ist das nicht so gut. ich mehr Videos am Schreibtisch mache? Baustelle draußen? Lass einfach den Daumen nach oben da. Da mache ich auch mehr Videos am Schreibtisch. Weil ich habe echt nicht viel heuer gemacht. Im August war ich voll oft am Schreibtisch folgendes Jahr. Heuer gar nicht. Was daran liegt, ich habe folgendes Jahr auch noch nicht mein Tablet gefilmt. Wenn ich nicht gewusst habe, wird jeder auf. Ich war einfach viel zu viel am Mist auf meinen Schreibtisch stehen. Wo ist denn das Haus von der Dame? So. Ich kenne das auf. Das Eis ist da. Okay. Bist du umdekorieren? Jetzt will ich dich um, mache ich gar nicht. Ach so. Komm gleich. Ja, ja. Ich habe mal ehrlich gesehen, glaube ich. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hole mir nun Eis und ich komme erst dann rauf. Okay? Tschüss. Hallo, ich bin wieder da mit dem Jolly Eis. Und ich habe die Uhr in der Hand. Und das ist gerade ein bisschen doof, weil ich weiß nicht, wie ich die Uhr aufhängen soll. Vielleicht sind da die Batterien wieder von der Uhr und ist einfach so mitten in der Nacht stehen geblieben. So, ich hänge mal die Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das Video unnötiges Video nennen soll. Oder Vlog. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit einem. Oder unnötiger Vlog. Das kann ich auch machen. Okay. Woher gebe ich das hin? Was? Hm, meine Idee. Vielleicht kennen sie auch unseren Hasen Schneeweiß. Ich werde mich leider von den Huhn zerbissen. Oh. Also, ich bin... Ah. Bleib erst stehen. Ich mache jetzt ein bisschen was anders und viel Spaß damit. So. Oh. Weil ich es oben stelle, sehe ich es nicht, ich bin einfach viel zu groß. Und ich habe darauf die beiden Bilder von Schneewerz gehängt, also gehangen, also ich zeige euch lieber, wie die Bilder ausschauen, weil die sind so schlimm. So. Vielleicht kennen sie das ja schon. Das ist mein Schneewerz, der weiße, die gibt es leider nicht mehr, der spiegelt sich leider so hart. Und das Graue, wenn ihr das sehen könnt, ist die Morsi. Die gibt es aber noch. Wow. Das ist das Weiße wieder, der Schneewerz, das Große da, das weiß ich, noch nichts mehr, und das ist ein kleiner Schnösel. Und die habe ich auch aufgestellt, ganz auf in die oberen Etage. so. So. Frühling, Sommer. Frühling habe ich Geburtstag. Frühling, Sommer, Herbst, Herbst und Winter. Mama und Papa Geburtstag, aber da habe ich kein Ding mehr. Na ja. Und da habe ich gerne süße Katzen. So. Eigentlich habe ich das Osterhasen, aber der passt gerade nicht, weil es ja nicht Ostern ist. Na ja. Ah, ich kann euch das Osterhasen zeigen, das ist derer, der mich auch selber beklebt. Vielleicht habe ich ihn sogar zu meinem Geburtstag gezogen, das kann ja sein. Ich habe ein bisschen Schwänkchen und auch ein Hase, aber das passt gerade nicht. Und ein Umstellvideo kommt in Oktober, Ah, Umstellvideo kommt Oktober, Oktober, September, Oktober, Oktober. Ah, Umstellvideo kommt in Oktober oder November. Frühjahr auf jeden Fall nicht, Oktober oder November, weil Dezember muss sowieso umgestellt werden, wegen einem Weihnachtsbaum. Ich stecke jetzt nicht auf das erste Bild da, also das ist ziemlich nicht gescheit. Ach so, wolltest du ja mal mein Handy von innen sehen, da lass auch mal einen Daumen nach oben da. Dann film ich mit meinem Handy, weil jetzt kann ich wenigstens mein Tablet filmen. Und dann mach ich das mal bei euch. Kein Ding. Und so. Mit irgendeiner Schachtel. Da ist ein bisschen Nagel drin. Oder was ist jetzt? Wisst ihr eigentlich, wie die Schachteln aufgehen? Das heißt, so zusammendrücken. Und dann so zusammendrücken. Ich weiß echt nicht, was ich diesem Video machen soll. Eigentlich war es das Video schon. Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Du verstehst, du kennst ja alles von mir. Wie ich spiele. Ihr kennt alles von mir. Wartet mal. Vielleicht kennt ihr was nicht. Ach, meine Sammlung. Meine Sammlung kennst du nicht. Meine Sammlung. Ich rede, ungelogen, seit vor dem Jahr, dass ich ein Video von meiner Sammlung mache. Und hab es einfach noch immer nicht gemacht. Voriges Jahr im Sommer habe ich auch schon darüber gesprochen, dass ich ein Video von meiner Sammlung mache. Hab es aber bis jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall kommt es heuer noch. Versprochen. Heuer kommt auf jeden Fall mein Video noch, wo ich meine Sammlung herzeige. Auf jeden Fall heuer auf jeden Fall noch. Ich erinnere mich gerade an die Sache. Kennt ihr mein Video? Meine Play-Doh. Mein Play-Doh-Video. Mein Play-Doh-Video. Da habe ich auch einen Scholl in der Hand gehabt. War das ja auch am 22. August. Mit durch, der 22. August. Auch, wie ich später anbüsste. 16 Uhr 23. Jetzt für dich das Video kommt später unten. Aber wir haben auf jeden Fall 16.23 Uhr. Aber wir haben auf jeden Fall 16.23 Uhr. Und ja. Ich denke, das war's mit dem Video. Das drüben Daumen runter. Wenn euch das Video gefallen hat und sagt, es soll ich öfter machen. Vielleicht auch mal ganz im Zimmer umdekorieren. Ja, so. Dann hast du einfach auch mal einen Daumen nach oben da. Und zu Weihnachten, wenn ich alles schmück und bastel, könnte ich mal ein überlanges Bastelvideo machen. Aber ich habe ja gesagt, zu Weihnachten kann ich nicht irgendein Bastelvideo machen. Das habe ich in einem anderen Video auch schon gesagt. Das geht einfach nicht. Ich habe zwar gesagt, ich mache jetzt zu Weihnachten jeden Tag ein Video. Aber das geht nicht. Zu Weihnachten ist sehr wenig Zeit. Und heute haben wir die Vorhänge nicht zugeklebt. Weil wir ja beim Umstellvideo gesehen haben, dass man die Fenster gar nicht sieht. Und wir haben übrigens eigentlich die Fenster offen, also wir spielen mit Tageslicht. Winter wird es ja so schwierig werden. Ab November. Ja. Da wird es ja so schwer spielen können, weil es ja dunkel ist. Naja, aber jetzt wirklich Tschüss. Ich sage mal Tschüss. Oh, Kacke. Ich habe das gerade voll auf meinen Kastel draufgegeben. Halten. Ich nenne das Video jetzt einfach Vlog, weil wie soll ich das sonst nennen? Es ist jetzt eh was im Video passiert. Deswegen sage ich mal Tschüss. Warte mal. Ich habe mir den Schluss. Ich weiß nicht, ob das plötzlich nicht vom Fenster rausfinde. Ein Schluss. Und zwar halte ich eigentlich, habe ich meinen Fuß bei ein paar Videos voll im Bildschirm gehalten. Wettbewerb macht das Bild Poster jetzt auch so? Nein, gar nicht. Das ist ein Foto. Da werden die Poster auch immer so in meinen Koffern gerinnt, dass ich ein Foto machen kann. So. So. Und ich gebe das jetzt. Und wenn er nachher Stimme hat, dann ist es Mama oder Papa. So. Und ich habe Instagram. Ja. Das wisst ihr jetzt eh schon. Bei Instagram heiße ich Kathi Tuko. Aber Kathi mit langen I. So. Aber jetzt. Ich mache Werbung für meine eigenen Sachen. Tschüss. 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 Tschüss.